Mein heutiger Gast hat eine der Überraschungen geliefert bei den Paralympics in Rio. Er hat sozusagen den Anfang gemacht. Er war der erste von 18 Goldmedaillengewinnern des deutschen Paralympic-Teams. Jetzt ist er wieder hier gelandet und gleich zu uns in die Landesschau. Nico Kappel aus Welsheim. Es war sein 4. Versuch mit der 4-Kilo-Kugel. Und der war es dann auch. 13,57 m. Das war persönliche Bestleistung. Ein Zentimeter mehr als die Konkurrenz. Und dafür gab es dann die Goldmedaille. Der 21-Jährige aus dem Schwäbischen Wald im Freudentaumel. Auf dem Siegertreppchen steht man ja schließlich auch nicht alle Tage. Und hier ist er, Nico Kappel. Und seine Freundin hat er auch mit dabei. Hat er mitgebracht, Luisa Holzwart. Herzlich willkommen, Sie beiden. Dankeschön. Nico, Glückwunsch noch mal auch von unserer Seite. Und Luisa, sind Sie stolz auf Ihren Nico? Ja, auf jeden Fall. Sehr stolz. Und Sie haben, glaube ich, am Fernseher mitgefiebert. Sie waren nicht dabei. Am Computer war ich. Am Computer? Genau. Per Livestream habe ich es verfolgt. Und am Handy hatte ich auch immer noch die Live-Ergebnisse offen. Und da habe ich es dann auch erfahren. Wahnsinn, oder? Ja. Unglaublich. Also wir haben auch alle gestaunt. Ich meine, Nico, es war ja schließlich im Kampf gegen einen Ihrer härtesten Konkurrenten, den Sie jahrelang eigentlich nie schlagen konnten. Und dann hat es ausgerechnet an diesem Tag geklappt. Ja, eigentlich für alle der härteste Konkurrenten. Also er ist ja seit vier Jahren, also dominiert er ja quasi unser Kugelstoßfeld. Ein Weltrekord nach dem anderen. Aber natürlich, ich bin immer näher an ihn rangekommen von Jahr zu Jahr. Und jetzt natürlich wahnsinnig glücklich, dass es dann beim größten Sportereignis dann gereicht hat, um ihn zu schlagen. Man hat ja so ein Gefühl. Ich meine, man spürt ja so ein bisschen Tagesform. Wie bin ich drauf? Hatten Sie es so irgendwie in den Fingern, dass es heute vielleicht ein guter Tag sein könnte? Also ich muss ehrlich sagen, also ich war natürlich mega nervös. Schon den Abend davor. Also ich habe ganz schlecht geschlafen. Wirklich nur drei, vier Stunden, wenn überhaupt. Wirklich nur drei Stunden. Wirklich nur drei Stunden. Am Abend davor war ja die Eröffnungsfeier. Die habe ich aber auch verpasst. Die habe ich vom Dorf aus angeguckt. Mein Zimmerkollege, der war dort. Der ist dann irgendwann um halb eins gekommen. Wir haben noch vorher gesagt, ah ja, er ist dann auch leise. Und dann sage ich gar kein Problem. Das kriegen wir schon hin. Ich schlafe da bestimmt eh schon. Und wenn ich schlafe, dann höre ich eh nichts. Und dann kam er so um halb eins nachts. Dann kam er so zur Tür rein und ganz vorsichtig und kein Licht an nichts. Und nach so einer Minute sage ich zu ihm, du kannst frei ruhig laut sein. Geh ins Bad. Mach dich fertig. Ich kann eh nicht schlafen. Kannst dich hinlegen. Kann eh nicht pennen. Sag das doch gleich. Aber ja, weil ich einfach nervös war. Also, ich bin am nächsten Tag dann wach geworden. Natürlich früher wie mein Wecker. War dann aber also topfit. Lag vielleicht schon am Adrenalin. Ich weiß es nicht. Und irgendwann nach dem Frühstück, wo ich dann mit meinem Trainer und so zusammen saß, saßen wir gemütlich in der auf dem Zimmer zusammen. Oder beziehungsweise lag sogar noch ein bisschen im Bett. Und da bin ich mal aufgestanden. Und da sage ich, Leute, ich habe heute ein richtig gutes Gefühl. Meine Beine fühlen sich so frisch an, so fit an. Das kann heute richtig gut werden. Ich habe das Gefühl. Also vom Gefühl her war es genau so, wie es geklappt hat. Das ist es. Und Luisa und Sie, tausende von Kilometern weg am Computer. Hatten Sie auch ein ähnlich gutes Gefühl? Oder waren Sie einfach nur durch und durch nervös? Ich war nervös. Also, nee, das kann ich nicht sagen, ob er einen guten Tag hat. Aber da hatte ich jetzt eher kein Gefühl. Aber da habe ich mich dann umso mehr gefreut. Und noch schnell so ein paar Anfeuerungs-SMS. Ja, im Handy ging es ganz schön ab. Der Entschluss, dass Sie nach Rio wollten, der ist ja eigentlich vor vier Jahren gefallen, wenn man es mal so genau nimmt. Da haben Sie sich gewissermaßen geschworen in London damals, wir fahren nach Rio und da hole ich mir eine Medaille. Ja, ja. Also ich war ja dort noch im Jugendlager in London, haben die Wettkämpfe, Eröffnungsfeier und Abschlussfeier noch von der Tribüne aus miterlebt. Das war dann schon so. Es ist natürlich ein unglaublich cooles Gefühl auch schon da. London waren ja die Spiele, also die paralympischen Spiele von der Stimmung von den Zuschauern. War das einfach mega genial. Und also ich kriege auch heute noch Gänsehaut, wenn ich nur Coldplay höre. Weil ich dann an die Momente denke, wo wir da bei der Abschlussfeier saßen. Und damals saßen wir dann so zu zwei, zu dritt nebeneinander, also im Stadion und haben gesagt, ey Leute, wir müssen unbedingt in vier Jahren dahin und nicht mehr auf die Tribüne, sondern mitmachen. Und dafür muss man trainieren. Ja, richtig. Dafür muss man was bringen. Und das gucken wir uns mal an. Es gibt nämlich Bilder, wie Sie trainieren. Und zwar mit den Athleten, wie sich das gehört. Genau. Und zwar sieht man sie im Einklang mit dem Spitzname Bonsai. Ist ja eigentlich kein charmanter Name, den die Athletenkollegen da für Sie haben. Im Olympiastützpunkt in Stuttgart. Und da sieht man schon, was für eine Wucht dahinter steckt. Hinter diesem Kugelstoßen. Aber Sie können auch sehr gefühlvoll, nämlich in der Küche hier mit Luisa. Ja, gehört auch dazu. Der Hausmann hier. Aber auch das gehört dazu. Genau. Das Schemelchen, damit man auch an die Schränke oben reinkommt. Muss ich übrigens auch machen. Bei den ganz oberen Schränken. Ich glaube, das hat jeder bei sich im Haushalt zu Hause. Gibt es da gerade Hackfleischsoße? Luisa, was wird das? Nudeln mit Hackfleischsoße. Nudeln mit Hackfleischsoße. Okay. Und Sie sind 1,40. Das etwa. Das ist kein Geheimnis. Das steht überall. Ja. Und wie ist das für Sie? War das nie ein Problem, dass er kleiner ist als Sie? Überhaupt nicht. Das war nie ein Thema, wo wir uns kennengelernt haben. Und das ist eigentlich ganz normal für mich. Aber ist doch cool, oder? Das ist normal. Für andere jetzt vielleicht nicht unbedingt. Ich weiß nicht, Sie arbeiten in der Bank in Welsheim. Gibt es da noch Kunden, die reinkommen und sagen, wo ist er denn? Die, die man kennt, mit denen machen schon gerne mal einen Scherz. Die wissen ja auch, dass ich das Vertrag sage, gut, die müssen danach aufpassen. Die kriegen das irgendwann mal zurück, oder kriegen das immer wieder zurück. Da gibt es eine Retour-Coaching. Das passt dann schon. Aber habt da keine Schwierigkeiten, dass da irgendwie einer mal sagt, oh, okay, will ich nicht oder was auch immer. Ich bin ein bisschen zufrieden. Passt. Die beste Art mit einem Leistungssportler ist, selber Sport zu machen. Ich gehe ins Fitnessstudio. Aber natürlich nicht so oft wie er. Warum nicht? Da könnte vielleicht noch was draus werden. Können Sie sich das vorstellen, dass Sie auch mit ihm zusammen als Assistentin, Trainerin oder Unterstützerin dabei sind beim nächsten Wettkampf? Das wird sein, wo? Tokio, oder? Alles guckt nach Tokio in 4 Jahren? Klar. Nach dem Paralympics und vor dem Paralympics, wenn man so schön sagt. Das nächste Ziel ist Tokio. Auf dem Ziel nach Tokio gibt es noch einige Baustellen vorher. Nächstes Jahr ist ja London WM. Das Mutterland des Behindertensports. Aber WM ist ja nichts gegen Olympia. Sie haben sie ja mitgebracht. Die müssen uns zum Schluss noch gönnen. Das ist ja schon ein tolles Ding, oder? Ja, also ich bin natürlich mega begeistert, dass das so geklappt hat. Und das nimmt man dann natürlich gerne als Souvenir mit. Also so ist es nicht. Finde ich eine super Sache. Das ist ja auch ein tolles Ding. Niko, toll. Jetzt ab nach Weltheim zum Empfang. Dort warten alle. Luisa, es wird noch ein schöner Abend. Lasst euch feiern. Vielen herzlichen Dank für den Besuch. Und bis zum nächsten Mal dann mit der nächsten Medaille. Ja, hoffentlich. Dankeschön.